So, heute zeige ich euch mal, wie ihr von der Bulli Bursti Karte, das ist ja ein Card Wallet der Coinfinity GmbH, wie ihr von hier sozusagen die Bitcoin Schlüssel importieren könnt in eine Software, damit ihr die Bitcoins auch senden könnt. Das ist ganz wesentlich, wenn ihr die zum Beispiel zurückschickt zu Coinfinity zum Verkaufen oder wenn ihr generell Bitcoins versenden möchtet. Das könnt ihr sofort, eine sofort einsetzbare Bitcoin Kontonummer habt ihr mit dieser Bulli Bursti Karte, beziehungsweise könnt ihr mit allen anderen Paper Wallets auch Schlüssel importieren und das zeige ich euch in dem heutigen Video. So, zu Beginn seht ihr hinten auf der Karte hier jetzt schon aufgerubbelt. Das Rubbelfeld lässt sich wirklich extrem schwer runterrubbeln. Das ist auch wirklich so gewollt. Das heißt, ihr müsst entweder mit einer Münze sehr, sehr stark aufdrehen und das hier sozusagen runterrubbeln oder ihr nehmt sogar einen noch spitzeren Gegenstand, wie zum Beispiel eine Schere, um dieses Rubbelfeld sozusagen hier runterzulösen. Wenn ihr das gemacht habt, dann steigt ihr sozusagen in eure Software Wallet ein. Ja, herzlich willkommen zu Rettet dein Geld mit mir, Matthias Reda, heute in der Funktion des Bulli Bursti Botschafters, um euch eben zu erklären, wie ihr von der Bulli Bursti Karte Wallet, der auf eure Bitcoins aufpasst, von hinten von diesem Private Key, der unter diesem Rubbelfeld ist, importieren könnt mit einer Importfunktion, mit gängigen Softwareanbietern und dann eben eure Bitcoins wieder versendbar machen. Und dazu habe ich Folgendes vorbereitet von der Information her und möchte euch sozusagen hier das Ganze anschaulich präsentieren. Nämlich a, ich wähle die Blue Wallet aus und in dieser Blue Wallet gibt es hier rechts oben das Symbol Plus. Wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich auswählen, welche Wallet möchte ich denn dazu fügen. Und dann kann ich sagen, ja, ich möchte an und für sich eine Bitcoin Wallet hinzufügen und kann hier unten sagen Import Wallet. Und danach muss ich sozusagen hier zum Beispiel, wenn ich die Seed Phrase, die Passwörter habe, kann ich die hier auch sozusagen manuell eingeben. Oder eben ich gehe hier unten und sage Scan or Import File. Und wenn ich dann sozusagen meine Karte schon aufgeruppelt habe, dann gehe ich sozusagen hier hin und habe dann das ganze Guthaben der Wallet auf dem Handy, auf der Handy Wallet und kann dann sozusagen hier unten mit Send die Zieladresse auswählen. Wenn ich einen anderen QR-Code habe, kann ich den abscannen oder ich kann hier die Adresse sozusagen mit Copy-Paste hineingeben und kann sozusagen sagen, den ganzen Betrag etc. und kann den eben wieder bewegen. Das heißt, ich brauche eine Softwareanwendung wie zum Beispiel die Blue Wallet, die mir die Keys aus dieser Karte ausliest und die Schlüssel sozusagen in der Blockchain einsetzt, in der Bitcoin-Blockchain einsetzt, damit die Satz, die Bitcoins sozusagen wieder bewegt werden können. Weil sonst nutzt es mir nichts. Das ist wie ein Schweizer Safe-Tresor-Schlüssel, der mir auch nichts bringt, solange ich ihn in den Händen halte. Ich muss den schon in das richtige Schloss reingeben und sozusagen einmal umdrehen und nur dann kann ich das auch machen. Und ich brauche diese Software, damit die Satz bewegt werden können. Ich hoffe, ich habe euch in diesem Video ein paar Dinge gezeigt, die es wert sind und freue mich auf euer Feedback. Wenn ihr Fragen habt zum Importieren etc., dann bitte unten in die Kommentare. Es ist nämlich so, dass nicht jede Software-Wallet das Importieren von Paper Wallets noch unterstützt. Da gibt es technisch ein paar Unterschiede. Die Blue Wallet unterstützt auf jeden Fall die Importfunktion von diesen Karten, von den Card Wallets bzw. von der Bulli-Boosti-Karte. In diesem Sinne, alles Gute!